Hallo, mein Name ist Kevin Zeyer. Ich bin jetzt seit Anfang September hier und ich mache gerade eine Ausbildung als Pharmakant. Der Grund, warum ich hier bin, ist hauptsächlich, weil ich mich schon in der Schule immer für Arzneimittel und Medikamente interessiert habe. Hier bei der Ausbildung gefällt mir vor allem, dass man nicht nur in unserem Arbeitsplatz, wo wir später haben sind, also nicht nur in der Produktion, sondern dass wir auch mal in der Qualitätskontrolle oder in der Abpackung oder dann sogar in der Lagerung sind.